nur mal erwähnen weiter geht es mit einer neuen folge far cry 6 wir sind jetzt hier bei danny beziehungsweise bei ihm und die werkbank denn wir haben ja uran abgegeben und ihr könnt uns jetzt mal gucken was wir hier verrücktes feuer gift anschlag typischer als das hier holen können was ist das zeus drehen und was ist das portwaffe das ist das gift anschlag medizinischer bereich okay okay erst mal den und den gut können wir dann jetzt eigentlich sprechen immer noch nicht so kommen bitte in die waffen mal ausprobieren ich würde mal sagen ja gut als nächstes machen wir denn wir gehen auf jeden Fall wieder weg von dieser Insel und werden in der das ist ein bisschen nebenbei machen okay um die ist die Mission machen wir auf jeden Fall würde ich sagen jetzt erst mal die 5 oder so ein bisschen nach wohin wohnen nach da oben ü ne doch machen wir wir springen da ab und werden denn das militärische Ziel einnehmen definitiv so denn nicht äh stopp wir müssen irgendwie nach da oder ja das wurde mir eben gerade nicht angezeigt deswegen gut ja Leute natürlich ein riesen Dankeschön an euch für die 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 das ganze werden hier und euch gefällt das sehe ich vor mir natürlich die Gäste könnten Unterstützung gebrauchen lasst also doch gern ein Abo da würde mich natürlich freuen für euch jetzt ganz kostenlos mich würde es wahnsinnig unterstützen und ja dann würde sich natürlich auch freuen so ist es ja nicht so ist es ja nicht so let's go die Wäsche rein machen und ich habe da oben muss die neue Waffel die hier sitzen das für alle was macht die denn ich würde sagen klau ein Panzer das wird ein Tag nach meinem Geschmack was wohl passiert wenn diese Tiere rausbrechen ich könnte ja du 4 der greift mich an ich hab dich befreit kumpe nein kein alarm ich deaktiviere den alarm den herr hoch den holst du nicht komm mein hrn muss ich muss ich muss ich muss ich steh dir direkt neben hier so hot der hell ich steh dir direkt neben hier so hot der hell damit werde ich nichts gebackene punkte die sitzt einfach nur ins fahrzeug Ich bin ein Nass. Ich bin ein Nass. Alter, ist das hier schon wieder ein durchgegangen, oder? Das ist unglaublich. Das Geschirc geht nicht, das gibt es doch nicht. Oh mein Gott, was passiert ja schon wieder. Oh mein Gott. Das hier Dings wird wieder gequillt. Der arme Chicha Hummel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ja, woher? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, geh raus, geh raus, geh raus. Geh doch raus! Jo. Geht einfach nicht aus dem Alter. Geht einfach raus. Ja. Mach rein. Die 10 brauch ich. Ach, scheiße. Kann ich nicht nehmen. Geht einfach raus. Ansel. Ach, scheiße. Ach. 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 heute das ist eine schwere Geburt der Panzer ich weiß ich könnte mal eine Raketenwehr verliebt aber ich glaube ich habe keine Muni dafür ich glaube ich habe keine Munition verdienen die probieren zwar doch nur jetzt drei stück was Alter, war das eine Geburt War das eine Geburt, ey Das wird bis jetzt der schwierigste Teil Da bin ich Oh, meine Meinung Tschetscher rum, ein Leben noch wieder Gott, äh Wo ist jetzt hier die Kiste? Hab ich die hier nicht gerade genommen? Nee Warte Ach, die ist über mir Die wird über mir sein, hier In dem Raum Yes Über Munition, ganz, ganz wichtig Sollte dich hier lief Ah, hier siehst du Gut Als nächstes Machen wir Arsenal Fahrzeuge Was haben wir hier? Okay Hier unten Das bedeutet aber, ich komme da nicht so einfach hin Oder Doch ich könnte hier einen Absprung machen Theoretisch Und wir machen erstmal diese Mission weiter Ja Ich bin bei der Kirche 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 So Ähm Wo liegt jetzt das Gewehr? Hallo Hallo Ich bin bei der Kirche Ich bin bei der Kirche Ich bin bei der Kirche Du sollst nicht nach unten gehen Danke Hör Ach Du sollst erstmal hier Chi-Chan um해� Binde ich jetzt hier gefangen? Komme ich jetzt hier nicht raus A Weitere Und habe ich jetzt verloren? und Kollege ich habe dich hier der hat schon die dämpfe so schön die kleinen das sollte Was ist das hier? Hä? Einer noch. Einer ist hier noch. Wo bist du, Kollege? Irgendwo hier. Ja. Ich komm noch nicht rauf, nice. So, jetzt. Jetzt noch mal das Ganze. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Gut. Muss ich ganz oben rauf wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Wir sind auf Position. Okay, Hilfe, bin da. Ich lasse den Motor laufen. Ja. Ja. Ich steuern bis ich ihr sage. Yarana. Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit. So wie ich euch mit der meine. Ja. Dies sind die falschen Yarana. Und sie haben keinen Platz hier. in unserem Paradies. In unserem Paradies. Ja, Alejandro. Als Strafe für ihre Verbrechen. Werden sie aufgehängt am Lauf von Yaras Militärmacht. Wie gehen wir vor, Carlos? Carlos! Was? 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 Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Alter Schwede, das ist ja mal richtig schief gelaufen. Der Einsatz. Das ist ja mal richtig schief gelaufen. Schau, 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 schau. Ach, Camilla. Hallo, Fili ist in der Richtung. Ich gebe dir den Tod. Fili, wo bist du? Ich komme nicht rein. Hier geht es heißer zu als an den Eiern des Teufels. Wir haben Alejandro. Er ist schwer verletzt. Okay, okay. Wir treffen uns am Vormturm. Verstanden. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschau.